Achtung, Achtung, hier spricht der Behördenvertreter der Bundespolizeidirektion Wien, die vorhin verlautbare Verordnung tritt, bis jetzt im Zeitpunkt den Grab. Das Grundstück wird jetzt geräumt werden, Ende der Frühstage. Das Grundstück wird jetzt geräumt werden, Ende der Frühstage. Und wenn der Baugrund scheißteuer ist, wenn aus dem Kopf die Haare frisst, und in seinem Volk gehen einfach weg, die brauchen ja eh einen Dreck, und man in seinem Volk gehen einfach weg, die brauchen ja eh einen Dreck. Bis zum heutigen Tag um sieben Uhr dieses Grundstück zu räumen ist. Nicht der Steuerzahler, nicht der Bürger ist der Eigentümer, sondern die Behörde ist hier der Eigentümer. Es ist lächerlich, dass man einen Polizeieinsatz gegen Leute organisiert, die in Wirklichkeit keine Gefahr darstellen, sondern ganz im Gegenteil etwas beschützen wollen. Wo hast du das einfach nur aus? Jetzt so gut den schönsten Platz versaut, es ist ein Bau. Meister, der es weiß, die Bank, auch wieder uns ein schöner Platz versaut. Wo haben unsere Jungen dem bis heute bloß gesungen, wenn jetzt plötzlich dieser Rames so ganz urwichtig ist. Denn wir kommen heimlich ein Verdacht, dass man es nicht für die Knaben macht, sondern es soll ein Ding mal werden, das haben die Läden, die werden ja so gern. Und wenn der Baugrundscheisteuer ist, man aus vom Kopf die Haare fließt, und ich kann voll gehen einfach weg, die brauchen ja mir eh einen Dreck. Und man ich kann voll gehen einfach weg, die brauchen ja mir eh einen Dreck. Achtung, hier spricht der Behördenvertreter der Bundespolizeidirektur Wien, die vorhin mal lautwarte Verordnung tritt, bis zu jetzigem Zeitpunkt den Graf. Das Grundstück wird jetzt geräumt. Das Grundstück mit der Polizei Ruth Vielen Dank.